Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ich bin Propand mit Elias und mit Maxim und Propand ist Propand und Propand ist geil, ich weiß ihr hört mich nicht gut, das heißt ich muss ein anderes Headset nehmen, gib mir kurz einen Moment und E3, so Leute, ihr habt gewollt, also kriegt ihr auch Fortnite, hoffentlich gefällt euch Propand, schreibt in die Kommentare, gefällt euch Propand oder nicht, wenn nicht, schreibt in die Kommentare was ich spielen soll und schreibt mir den Mapcode dazu. Ich höre irgendein Objekt ping. Hier liegt einfach ein Spiegel, ey. Das ist doch Unsinn, sind wir Sieger oder noch? Ich hab das Schlechteste versteckt. 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 Alle, ihr findet mich nicht. Was heißt hier, ich bin auch versteckt. Ich hab das Schlechteste packet, ich bin sogar mitprotokraten. Ich hab das Gefühl, ey? Alter, du warst gerade so nah Jojo! Ich will also auch mit der K!.. Ich hab das Gefühl, ne? Ihr seid so nah. Ich weiß. Ihr seid so mega nah. Ist der bei dir? Ey. Wir sind im selben Haus, gell? Ich weiß. Bist du oben oder unten? Seid ihr? Oh Gott. Ach du. Ja. Ich habe süß genug runtergefallen. Ah moin. Arme quietsche Enten. Er hat... Halt gefunden. Johannes, ich komm da rüber. Guck dir mal zu, ok? Hi. Hi. Elias geht wieder rüber. Ich höre dich. Ja, der hat dir gesagt, wo ich bin. Nö. Ich weiß doch nicht, wo du bist. Boah, weißt du, warte, ich werfe jetzt überall hin. Werfe einmal hier. Mal hier. Oder... Bist du. Jerome. Irgendwo, ich habe dich so nah gehört. Entweder... Hier so, irgendwo hier. So ganz hinten in der Ecke, ne? Irgendwo ganz hinten in der Ecke. Irgendwo hier oben. Bist du dumm? Hier bist du. Ich weiß doch. Guck hier. So jetzt Maxi... Mein Gott. Wann? Wie du mich geholt hast. Ich hab nicht geholt, wo du bist. So, jetzt bin ich. Heider. Jetzt bin ich. Verstecker. Aber da bin ich. Bin ich ihr Misssucher. Jetzt... Jetzt hole mal die Juju. Ja, easy. Easy, easy. Tamam, tamam. Schieß mal. Schieß mal. Schieß mal. Ich schieß mal mit dem Bogen gegen die Wand. So, gar. Oh, das ist sogar das Hype versteckt. Ab 10... Die letzten 10 Sekunden, dann laufe ich rum. Geh mal ganz nah. Geh mal ganz nah an die Wand. Schieß mal mit dem Bogen. Nee, ich mag keinen Schaden bekommen. Ja, moin, alter Famba. Johannes? Wo ist der Digga? Hä? Ich höre hier irgendetwas. Jetzt bin ich dumm, Digga. Nee, ich wollte. Ich hätte da bleiben sollen an dem Versteck, wo ich war. Dann laufe ich da raus. Habe ich gesagt... Als was? Als was? Als was? Als was? Als was war der versteckt? Als so eine Marmelade klaut. Keine Ahnung. Okay, ich würde sagen noch 2 Runden. Oder noch 3. Ja, komm. Also jetzt noch einmal Hyda, einmal Sieker. Und dann laufe ich. Lass mal gleich Hyda den Sieg gegen die machen, aber ohne verwandeln. Ja, war ich off-screen, weil ich mache das Video Proband. Proband! Ich bin Hyda mit Maxime, glaube ich. Ja. Ich hole jetzt so das Versteck, ne? Wie lange habe ich Zeit noch? Zieh, 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 zieh. Zieh, zieh, zieh. Zieh, zieh, zieh. Alter, mein Versteck findet keiner von euch. Nein. Fuck. Ich bin Bock. Fuck, Alter, man, der geht immer da entlang. Loll, das ist so krass. Oh mein Gott. Warum hast du da noch gar nicht einmal hingeschossen? Alle sind so schlecht im Verstecken, wirklich. Jetzt bin ich mit Maxime sicher. Ich lau einfach gleich rüber zu Elias und guck, wo der ist. Ich komm rüber. Ich geh rüber. Verpiss dich, nein. Ach jo. Verpiss dich. Elias, komm mal hier raus, komm mal hier raus, komm mal hier raus. Ich will wissen, wo du bist. Ja. Oha, guck mal, Jojo. Wo kann hier raus? Maxime wagt. Maxime ist out of map. Maxime ist out of map. Maxime ist out of map. Ich guck nicht. Ich guck nicht. Ich komm einfach rüber. Ich guck mal. Ich guck nicht. Hallo, Elias. Du bist, ich... Ich füll. 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 Ich füll an. Ich füll. Dann, ich füll. Geh weg. Tschüss. Anhiens, du bist auf 5 barriere, alte Lüse. Auf 5 barriere. Ich füll bei mir. Traust dich nicht wenn, ich ihn sehe. Schau mir da. Ich bin da. Ja, keine Ahnung. Sag mir zu, wie ich sie habe. Bist du nicht? 1, bitte! 1, noch 2, bitte! Du stehst direkt neben mir. Das ist irgendwo hier. Heuballen, vielleicht Heuballen, Heuballen! Guck mal, Heuballen! Ja, super! Nein, nein! Heuballen! Max! Nee, der ganz neben an der Seite, warte! Gib mal recht, gib mal recht! Mann! Zipp! Zipp, Zipp! Ihr wart, ihr wart dabei! 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 Ja, Mann! Scheiße! Ich hab's irgendwo da gehört! Hier ist auch Safe da drin! Da war's nicht! 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 Warte, geh mal rein! Guck, guck! O, komm! Oh, ne, Digga! Geh hoch, geh hoch! Geh hoch, geh hoch! Ein Siebenstock weg oder ein, ein, zwei da? Nein, nein! Die und die unten! Bist du wirklich so nah bei mir? Bist du wirklich so nah? So ein Pilz, ein Pilz, ein Pilz. Oh mein Gott! Nein, nein! Ich sehe das! Siehst du das? Nein, nein! Du musst da in der Hitze sein, hab ich mir so gedacht, ne? Was? Was? Dieser Sound war so undeutlich schön. Hier hast du mal wieder Türze und dann sind wir noch hier im Lost Hiding Place. So, wenn wir uns dann machen Hiding Place, Maxim, und dann war's das mit dem Video. Und ich hab euch gefallen, abonniert, like, tight, ne? Abonnieren, wir haben 60 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn wir noch die 100 knacken würden. Und dann wär's schön. Super schön. So, wir spielen noch die zwei Runden hoffentlich. Ja, ich bin jetzt Haider und danach seid ihr Sika. Wer Sika? Ah ja, ich und Elias. Die Pfeifus. Wir haben jetzt Komma. Ah nein, nein! Ich mach's so. Ich bin so ganz gediegen. Hallo, 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 hallo. Der wird das doch eh nicht rausfinden. Der wird das doch eh nicht rausfinden. Ah ja, das hier! Was ich bin! Boah! Ist der Baum! Bist du schon drauf? Ja. Wuhu! So, ich hab mich hingestellt. Auf jeden Fall kein Baum. Ich bin ein riesiges... Irgendwas... Irgendwas... So... Futter oder was auch immer. Oh mein Gott! Ich hab das... Ich hab das... Ich hab so das Auffällige. Johannes, guck mal wo ich bin, Alter! Ich war grad so auffällig! Maxine, da war doch grad ein Baum oder nicht? Da in der Nähe von dir, oder? Da stand doch grad neben einer! Oder nicht? Wo ist der hin, der Baum? Der Baum wurde gefällt! Ich... Kann ich mich... Die Kloschüssel, ey! Der Baum ist weg! Der Baum ist weg! Ja, ich springe hier die ganze Zeit rum! Unser Tipp! Schalt ihn im Haus! Ich bin aus... Ich bestehe aus Holz! Hehehe! Das ist der beste Tipp! Ja, ihr bestehe die Hälfte aus Holz! ich bin auf jeden Fall draußen Ich hab grad ne Tüte zu gemacht, gell? Alter Johannes, dich lachen Ist der bei dir? Nee, noch nicht Noch nicht Komm, ich bin echt fies Wetten, dass du ein Milchshake bist Wetten? Elias, guck mal, wer hier ist Wer ich bin Elias, guck mal Ich bin übelst, ich bin übelst, halt, guck Ach du Scheiße Ich bin der Bum, der Bum, der Bum, der Bum Ich bin der Bum, der Bum I am the, I am the big, big Baum Da läuft der Karte durch das eine Haus Dann beweg ich mich nochmal Wedi mir nicht auffallen, dass das Baum sich bewegt hat So dumm ist der Hallo, hallo Ich mach mal ein bisschen Action. Ja, ich auch. Ich will auch Action machen. Kann ich den hier holen? Das wäre so krass. Das geht eigentlich. Hallo. Oh! Wo war der? Ist das dumm? Da ist er. Oh mein Gott. Nein! Wem willst du das erzählen? Gucken wir dir erstmal zu. Dann sind wir noch Sieger, Elias. Und danach ist die Runde auch beendet. Und dieses Video. Oh Gott. Run, Elias. Run, Digga! Soll ich einen Tipp geben? Nein! Hör auf! Der Stock des Busches besteht aus Toilettenpapier. Alter, halt deinen Schmerz. Hallo! Elias steht bei seinen Freunden. Oh, ich darf dein aufkommen. Ich darf dein aufkommen. Hihi! Nice! 3, 5, 4, bewegt dich! 3, 2, 1, let's go! Ja, 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 ja! Oh mein Gott! So, Elias wird noch Sieger und dann ist dieses Video beendet. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr es nicht feiert, dann schreibt mir einen anderen Modus in die Kommentare, wo man gut zocken kann. Und dann den Code noch dazu bitte. Danke, das wäre nett! Letzter Stream war wirklich Hyped von euch. War wirklich geil, ne Elias? Weil hier, da warst du ja nicht dabei. Ja, gut. Ich war so Hyped. Ich war so Hyped. Ich war so Hyped. Ich war so Hyped. Ey, ich hab gerade mal die Trick-Extapie. Alter, okay. Ja, ich hab Spaß macht was hier. Ja, moin! Schlau ich einmal drauf. Ey, ich weiß, wo er ist. Geh mal weg! Tschüss! Ich weiß, wo er ist. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Der ist jetzt schon wieder. Junge Maxima, zur Karma, wenn wir den finden. Das will ich mit dem Killing. Ey, versteck dich, ich will mit dem Killing. Versteck dich fest. Nein! Ich schieß einfach über Ende nirgendwo drauf! Ja, das war ja! Der war so ne Packung! Ich hab mich von hinten, von der einen Schweiner... Ok, nein Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschau, tschau! Auf mir gleich bleibt das Video, tschau! Tschüss! Tschüss!